Ich hoffe, die haben unten noch was eingelagert, weil sonst ist das nicht so prickl-pricklend. Sonst kann ich ja die Höhle einmal verschönern. Nein, das gehört so. Nein. Das haben wir extra für dich wunderschön her... Ja, das ist schön. Wunderstehen hergerichtet. Hingerichtet. Ich hab schon die ganzen Eichen weggekloppt da. Übrigens, für euch Zuschauer, die Anuko hat sich ziemlich beschwert, ich würde zu viele Hohlräume überall reinbauen. So wie diese hier jetzt. Schreib's doch mal in die Kommentare, ob ich hier das ausfüllen soll mit Körbeln. Ja, Schöner. Ja, ja, schreibt alle ja. Nein? Doch. Und Nico, du schreibst... Ich weiß, dass du nein schreibst. Deine Meinung ist egal. Das ist was ich gemein. Nein, auf ihn höre ich nicht, weil er schreibt immer gegen mich. Er schreibt immer wieder, dass ich gemein bin. Nein. Nico, du... Deine Antwort kenne ich eh schon. Das zählt nicht. Das ist immer gemein zu mir. Aber, ja. Genug zu... zu ausfüllen von dem Gebäude, weil das ist so scheiß für die Arbeit. Da kann ich eine Riesenmine ausheben, damit ich diese Burg hier, ähm, befüllen kann. Du hast eh genug Erde. Nein. Jetzt... Nein. Hol doch einmal sind sowas schnittes. Ich hab im Schädel auch einen und das stört keiner. Ich... Du, glaubst du. Okay, entschuldigen, das war gemein. Ach, das war jetzt gemein und der Rest nicht. Nein, der Rest ist in Ordnung. Komplett gerechtfertigt. So. Ah, meine Axt ist kaputt. Nein, ich hatte doch eine Diamant-Holz-Axt. Willst du die nicht haben? Da geht das... Diamant-Holz-Axt? Ja, da geht das Razzi-Fazzi. Da geht das Schubti-Wubti. Flotti-Karotti. Und so. Entschuldigung. Kommt man auf Diamant-Holz-Axt? Weil, wenn ich Diamant-Axt sage, dann versteht jeder immer Pick-Axt. Aber ich meine ja die Holz-Axt, die zum Holz holen. Also ist es die Holz... Achso, jetzt versteht's. Die Diamant-Holz-Axt. Ich dachte, das war von Holz-Axt. Ich hab auch Diamant... Weg... Weg... Äh, Holz-Weg-Axt-Axt gesagt. Aber das versteht auch keiner. Die versteht sowieso nie. Warte mal, ich pflanze mal ein bisschen Bäume an. Das tut eh mal note. Das ist ne gute Idee. Wir haben 13 Setzlinge. Wir spielen hier seit 50 Parts und wir haben 3 Setzlinge. 13 Setzlinge. Ich hab neun. Yay! Siehste, da hast du schon mehr erreicht als wir in so vielen Parts. Ja, wirklich, schämt's euch. Ja, mach ich schon. Das sind Birken-Setzlinge, scheiße! Ich hab 64 und 46 Echenholz. Da, Mox-Tarby. 64 und 66. Boah! 64 und 66? 46. 46. Ein Steak. Oh, 49! Das sieht besser aus. Holz? Da liegt's. Und du Holz ranzt. Oh, cool, danke. Und Kabel? Habe ich 64 und 29. Da, magst du die einpflanzen? Jo. Oh, cool. Danke fürs Holz. Bitte. Wow, ist das schön viel Holz. Supi. Oh, meine, meine, fuck. Nein, die Taste geht schon wieder auf einmal und ich drehe mich. Ah, dieses Spül. 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 Ja, keine Ahnung. Manchmal auf einmal dreht ich mich und dann platziert auf einmal Blödsinn. Blöcke überall. Das ist damals auch gewesen in Folge 25, als ich da runtergefallen bin. Standbild? Gut. Ach, ja. Ich glaube, weil du so wenig redest, muss ich in diesem Part die Musik noch lauter drehen. Wenn man überhaupt was los ist. Hallo. Und was ist mit euren Folgen, wo ihr gegenseitig angeschweigt habt? Die gab es nie. Nö, ja. Angeschwiegen. Angeschwiegen, das hört sich falsch an. Das hört sich sowas von mega richtig an. Angeschwiegen? Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Angeschweigt. Okay, ja, das jetzt flügt dann. Ich bin zwar angeschwogen. Angeschwogen? Das ist zu dicht und angeschwurbelt. Das ist nicht so richtig. So, hier kommt Bögen. Es ist schon wieder Nacht. Was ist denn da los? Du bringst die Finsternis heran. Ich bin die Finsternis. Was atmest du so komisch? Ich weiß es auch nicht. Es passiert einfach. Nein, Trottel. Ja, richtig. Boah, ich kann nicht bauen. Was ist denn hier? Oh, Mann. Kommst du jetzt drauf? Lass auf den Folgen. Ich weiß auch nicht. Das ist so gemein. Bam, bam. Wow, bam. Oh, ey. Ich bin so. Alter. Oh. Wenigstens merke ich es noch. Ab und zu. Alter, ich habe Hunger. Also, im Real Life. Ich möchte nicht in der Aufnahme essen. Soll es mich wundern? Ja. Oh, Alter! Alter! Du Arsch. Was ist dein Problem? Das Beste ist, dass ich dich ganz woanders geschlagen habe, als du dann erst losgeflogen bist. Also bin ich nicht runtergefallen, sondern runtergelaget. Genau. Mach das nie wieder. Hier ist es tief und ich tue mir weh. Nein, wirklich. Weißt du, das ist so ein Knackgeräusch. Das sind meine Knochen. Na, da bist du jetzt aber hier still. Ja, da bin ich still. Was? Ah, habe ich dich verwirrt. Oh, Mann. Ja, was, was tust du? Dich verletzen. Tja, 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 tja. Hier ist es. So, dann baust du sonst mal mit? Ich habe kein Holz. Achso. Du hast das ganze Holz. Griefer! Scheiße! Scheiße! Griefer! Was soll ich tun? Wo bist du? Wo bist du? Ich... Au! Runtergefallen. Wo ist der Creeper hin? Wo ist der Creeper hin? Scheiße. Ist er hier oben? Hier, sieh. Fuck! Ich lege! Ich lege! Ich lege! Wie ist der von der Explosion der Bösen? Wie kannst du treffen, ey? Scheiße! Nein! Ich... Ey, entschuldigung. Es lockst nur ein Creeper in die Base. Da war es schon drin. Da, 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 da. Ja. Ja, genau. Ich schwöre. Mag, jetzt ist es wegen einer trefflich aus, oder was? Ja. Super. Ich hab dir Holz hingelschmeißt. Geschmeißt. 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 Danke fürs Schmeißen. Das ist ja einfach alles mit Holz ausfüllen. Ähm, diese Ebene, genau. Auf dieser Höhe. Oh. Alter, wie haust du deine Taste? Ich hör dich bis hier klicken. Echt? Cool. Du hast nicht zufällig noch mehr Holz? Ich war irgendwie eingebaut. Ich war irgendwie eingebaut. Eingebaut. Oh, fuck. Ich bin eingebaut gewesen. Ähm, bau dir mal eine Workbench und stell die noch hier dazu. Dann kannst du dir noch schnell eine Treppe machen. Dann bau da unten noch bitte die Treppe dran. Okay. Oh. Jetzt singst du einmal. Ich hör auf zu klatschen. Das war laut. Ich hab nicht geklatscht. Okay. Das war der DS. Ich hör's. Ich hör der DS sogar bis hier. Der DS ist meine Aufnahme. Nein, meine Musik wird ja schon übertönt. Okay. Das ist ja auch coole Musik. Ja, aber nein. Das ist dann wieder zu leise. Ähm. Ich geh mal kurz nach unten in die Höhle. Und schau mal, ob ich da irgendwo noch Kabel finde. Ansonsten geh ich Kabel holen. Holen, holen. Okay. Okay. Du hast es hier unten ja heile gelassen. Also kaputt gelassen. Das freut mich. Ja, was soll ich denn machen? Noch einen Creeper. Den hol ich jetzt aber nicht drauf. Was laggt schon wieder? Was ist denn da jetzt los? Ich hab's einfach zu wenig beleuchtet. Dann beleuchte nach. Nicht, wenn der Creeper da ist. Den, 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 den. Cool. Jetzt ist er weg. Hat's funktioniert. So, ich hab irgendwie krasse Likes hier. Ich weiß nicht. Was machst denn du da oben? Ist das so lag bei mir? Wo bist du denn? In der Höhle. Da hab ich normalerweise immer die beste Verbindung. Boom. Nein. Boom. Boom. Ich bin Kabel holen. Weil Kabel ist selten. Musst du den jetzt suchen. Oben hab ich keinen gefunden. Da ist der Creeper. Lass ihn in Ruhe. Dann sprengt mir meine Brücke wieder. Meine Brücke, meine Treppe. Das beobachte ich ihn als sicherer, entferne. Okay. Warte, ich hab doch nicht die, genau. Da oben ist ein Skelett. Alter. Als ob er einen Wachtturm hätte. Gibt's auch einen müde Turm? Nein. Ich weiß nicht, ich hab noch keinen gesehen. Okay. Okay. Thompson. Do between. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020